Und auch Downs! Fünf Stück! Sechs Stück, oh mein Gott! Ciao da ganz Team, was geht? Euer Squee am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Streamer-Betals. Heute tritt an. Instanty immer noch am Start gegen Nathas. Wir haben die Map bereits ausgewählt. Interchange ist es geworden. Viel Spaß mit den Highlights. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und kostenlos zu abonnieren. Ragazzi würde mich riesig drüber freuen. Viel Spaß! Sneak ein bisschen hoch. Weiß nicht so genau wohin! Hinter ihm! Schön ausgewichen! Green Sim rein. Da steppt was. Dadurch hat der Gegner sich jetzt natürlich verraten. Und den hat er Down! Schön durchgesetzt! Alles super dunkel! Er schießt irgendwo ins Dunkel! Sieht den Gegner besser als wir! Da schnapp ihn an. Sehr gut. Der Gegner scheint schon weiter weg zu sein. Der ist einfach nicht Brain afk spielen und einfach dumm hinterher rennen. Ja da ist... Atmet was? Instant Tee, einfach zu stark. Ein. Fach. Zu. Stark. Sehr, sehr nice. Direkt hinter einem Zaun. Hohoho. Geht doch. Hat er da zwei erwischt. Einer safe. Aus dem Lim gebrettert. Liegt da noch ein zweiter? Ja. Double Kill. Sehr schöner Double Kill von Nate das. Schön ausgewichen. Boah, super starkes Gameplay. Zweite mit dir. Niemals bei mir in den Rückenschießen, ist das klar. Da hören wir Steps. Bei Instant Tee sehr schön mal auch zu sehen, wie er die Geschwindigkeit rausnimmt, während er rennt. Oh, ich glaube der Gegner hat was abgekriegt, oder? Ja, der ist Blut. Und down. Stark spielt. Und ich glaube das war schon wieder Killer. Weil halt wieder der... Warum spawnt jedes Mal Killer? Was will ich mit ihm? Oh, das ist jetzt natürlich bitter. Instant Tee gut aufgeholt jetzt. Und da läuft was. Und einer Minus. Sehr, sehr wichtiger Kill. Schön reingebreddert. Das ist sehr gut für Instant Tee. Wenn er die holt. Da kam ne Nate. Da kommt noch ne Nate. Oh, hat jetzt nicht gerade die beste Posi. Noch ne Nate. Schwer zu lokalisieren, hat ein bisschen was abbekommen. Oh, die eine ist in etwa sehr schön da von ihm. Hinter dem Stromgenerator. Noch einen Laden rein. Oh. Oh. Auf geht's! Oh. 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 Greenstam rein. Guter Schlafzug. Das ist der einzige. Da ist noch einer. Schön umlaufen. Schön gedacht. Ja, den hat er down. Sonst wird er da gucken. Den hat er down. Nicer Double Kill. Da liegt noch was tot. Er wird leider auch gespottet. Hat vielleicht etwas den Nachteil von der Sicht her. Geht einmal rum. Das war der vierte. Und der Vorsprung wird immer mehr und mehr und mehr. Da ist noch einer. Nate geht raus. Nimmt die Verfolgung auf. Und auch down. Fünf Stück. Sechs Stück. Oh mein Gott. Ein nacheinander. Fick das hier aus der Lobby. Er darf nicht sterben. Er darf nicht sterben. Der stirbt auch nicht. Haut den Gegner aus der Latschen. Boah, kann ich noch gerade so retten? Priest im Rhein. Nein noch, Mann. Fuck, Alter. Was machen die da, Bro? Boah, krass. Zeigen sich überhaupt nicht. Dann nimmt er noch einen mit. Rettet sich gerade so. So hat er gekillt. Hat jetzt 20 insgesamt. Der spawnt, glaube ich, nicht, Stalin. Ich weiß halt auch nicht, ob die SA hier die beste Lösung ist. Hat er jetzt down. Mann, wie will der denn bitte schlucken, ey? Krass. Heavy Bleeding. Uh, schön. Hat er doch direkt gedroppt. Hatte ich gar nicht so gesehen. Nice. Zwei minus. Wir bleiben bei Nathers. Vor ihm wird Silence geschossen. Nath geht raus. Ich glaube, der hat das sogar mit der Nath. Ich glaube, der Nath hat das sogar mit der Nath gedroppt. Nice. Müssen wir schauen. Da liegen zwei. Genau da, wo die Nath explodiert ist. Ah, schön. Alles klar. Ganz easy. Liegt sich hin. Oh mein Gott. Er hat sich überlebt. Er hat sich überlebt. Und der Gegner down. Was für ein Move von Nathers. Und geht da rein. Durch den zweiten Schaden. Intergarisch. Und der Gegner down. Zwei hat er. Lied nach. Let's go, Bro. Und das war der dritte. Ich glaube, das ist so gut wie nicht mehr aufzuholen. Danke dir für deine 5-Sack-Biss. Instanty gewinnt mit 31 Kills zu 20. Also wirklich sehr, 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 sehr stark. Ja, war einfach brutal. Verdienter Sieger. GG's. Nichtsdestotrotz haben wir auch richtig geile Fights von Nathers gesehen. Ich freue mich schon aufs Video. Danke, dass ihr dabei wart. Leute, danke schön. Und da weiter. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.